Herzlich Willkommen zu meinem Video am 11.05.2020. Heute genau ist mein Hund einen Monat tot. Ich vermisse ihn noch immer sehr, aber es wird von Tag zu Tag besser. Heute war Claudia da. Sie hat mir mit der Gitarre vorgespielt und gesungen und sie hat eigentlich eine sehr schöne Stimme. Es hat mir gefallen und hat Spaß gemacht. Ich habe zwar nicht mitgesungen, aber ich kann nicht singen und deswegen habe ich ihr das erspart. Ich habe mich heute geschminkt. Mein Kajalstrich ist schon etwas verschwommen, weil mir die Augen getrennt haben und da ist er fast weg. Aber man sieht noch ein bisschen. Heute war wieder erwarten ein ganz warmer Tag. Es war zwar am Vormittag regnerisch, aber am Nachmittag war es warm und schön und klarer Himmel. Wir sind draußen gesessen eine Weile und herinnen und haben getratscht und geraucht, Kaffee getrunken und so weiter. Das war ein sehr netter Tag. Ich habe Claudia dann 20 Minuten früher nach Hause geschickt, weil ich Gliederschmerzen bekommen habe und Kopfweh und habe eine Sablette genommen. Seitdem geht es mir wieder besser. Ich fühle mich etwas kränklich, aber das kann von Duschen kommen, weil ich sehr viel Wasser durch die Nase bekommen habe. Und dann habe ich eine Tablette verschluckt und ich meine Medikamente genommen habe, meine Morgenmedikamente. Und seitdem ziehe ich ein bisschen beim Atmen, weil sie mir fast in die Lunge gerutscht wäre. Gott sei Dank hat sie sich dann aufgelöst und wir sind in die richtige Höhre gerutscht. Aber da habe ich kurz gewürgt. Mir geht es heute mittelmäßig bis circa Mittag ist es mir, oder bis nachdem Claudia Gitarre gespielt hat, ist es mir ganz gut gegangen. Dann gegen Nachmittag, so ab halb vier, wo wir schon draußen waren, hat es angefangen, dass es mir nicht so gut ging. Es war wieder eine stärkere Stimmungsschwankung. Ähm, jetzt ist es wieder besser, aber noch nicht ganz stabil. Ähm, ich war diese Stimmungsschwankung fast nicht mehr gewöhnt, weil es mir die letzten drei Tage eigentlich besonders gut ging und ich gar nicht damit gerechnet habe, dass ich so eine Stimmungsschwankung bekomme. Eigentlich müsste ich die schon langsam gewöhnt sein, aber es kommt doch immer wieder überraschend. Und das ist halt blöd, aber, ja, 20 Minuten vor fünf konnte ich mich dann nicht mehr konzentrieren durch die Schmerzen und so. Und hab Claudia dann nach Hause geschickt. Ähm, morgen kommt Sonja. Auf das freu ich mich auch schon. Wir machen meine Nägel neu, weil die ersten zwei von ihr da abgegangen sind. Die sind noch schön, aber wachsen auch aus. Und gehören neu gemacht. Ähm, lila-grau oder so. In Parzelltönen. Sonst gibt's nicht viel Neues. Ich hab kurz mit Kerstin SMS geschickt und wir wollen morgen wieder telefonieren. Nach längerem Tag. Am Muttertag wollte ich sie ja nicht stören, obwohl ich kurz das Bedürfnis gehabt hätte, sie anzurufen. Aber am Muttertag wollte ich nicht stören. Ähm, ich hab mir heute eine Schminkbox zusammengerichtet für die Woche und möchte sie auch so gut wie jeden Tag benutzen. Ich hoffe, das geht sich morgen auch aus. Und, ja, damit ich mein Zeug aufbrauche. Die, die Foundation, die ich jetzt benutzt hab, das ist eine High Coverage Foundation. Die hat sich jetzt über Tag etwas abgetragen, aber die Seite ist besser nicht so gerötet. Außer vom Wusch. Und hat eigentlich gut abgedeckt. Und jetzt liegt sie langsam in den Narben. Das passiert immer nach ner Zeit mit der Foundation. Der Highlighter ist mir ein bisschen großflächig geraten. Der glänzt hier und hier. Oh, aber sieht gut aus. Und ist eigentlich auch gefällt mir gut. Und, und werde ich weiter verwenden. Rouge konnte ich nicht so gut auftragen. Da ist zentralt hier einiges und hier einiges. Ich konnte es nicht gut verteilen. Ich bin mit einem fluffigen Pinsel drüber gegangen, um es besser zu verteilen. Und damit war es dann leichter. Das Make-up ist mir im Gesamten ganz gut gelungen. Über Lidschatten habe ich keinen verwendet. Das möchte ich ab morgen schon. Ich weiß aber noch nicht welche Palette. Da fällt mir die Entscheidung sehr schwer. Ich kann euch ja mein Make-up der Woche, also meine Make-up Kiste der Woche abfilmen oder abfotografieren. Damit ihr die Produkte seht. Wenn ihr wollt. Zeigt mir das mit einem Daumen hoch. Ich habe mir diesen Trick mit der Make-up Box für die Woche von Nina Cosmetics abgeschaut. Und das möchte ich so beibehalten. Danke Nina für die Idee. Ähm. Sonst gibt es nicht viel neues. Mein Video ist heute wieder gestückelt. Weil ständig wer reinkommt. Und das werde ich jetzt zusammenschneiden mit den Übergängen und so weiter. Aber so gut funktioniert das Cutten auch noch nicht. Ähm. Morgen habe ich noch nichts geplant außer meine Nägel. Und ein bisschen Aufräumen im Büro. Und dann wird man sehen. Aber morgen können wir nicht rausgehen. Weil es ziemlich, das Wetter ziemlich schlecht ansagt. Auch bis Montag durchgehend. Heute ist es Montag. Und bis nächsten Montag soll das Wetter schlecht bleiben. Und deswegen können wir nicht rausgehen. Aber mal gucken. Wenn mir zu heiß ist, gehe ich trotzdem raus. Ich habe heute 40 Minuten in der Warteschlange am Handy bei Magenta verbracht. Weil ich da was klären wollte mit meinem Vertrag. Und habe 40 Minuten gewartet. Und dann schließlich unendlich Druck aufgelegt. Weil ich so genervt war von dem Tor. Von der Musik. Die da eingeblendet wird. Und die sich wiederholt. Das ich nach 40 Minuten aufgegeben habe. Das muss ich also morgen wiederholen. Ähm. Ja, das war's wieder. Von meinem Video heute. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines.